willkommen zur modenschau von abteil 92 eigentlich hat das alles nichts mit einer modenschau zu tun aber ich finde trotzdem eine modenschau sollte mal gemacht werden in einem sonderzug ich fange hier an mit meiner kopfbedeckung und jetzt wechseln wir das thema und nähern uns der silvester problematik und kurbeln hier mit konsumschwäche an kurbeln wir eigentlich die konsumschwäche an wenn wir vom aus wenn wir vom ausland etwas verkaufen und einkaufen es hat es etwas mit dem außenbeitrag zu tun allerdings weiß ich nicht ob das hier durch gefördert wird ich werde demnächst eine kommission einleiten die security hat schon ihre fachmännischen hilfe angeboten unter der führung der zentralbahn ag wird sich ein komitee einfinden um den kaffeesatz dieser gesellschaft auszuwerten und dann dementsprechend zusammen mit den bietigheimer fans alles weitere zu klären an dieser stelle würde ich jetzt zu mariette slumpka weitergeben die macht dann das wetter dankeschön